Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man solche Randsteine setzen und somit die Kantensteine auch richtig im Beton verlegen kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall möchte ich mal eine Abgrenzung zu meinem Rasen machen. Hierfür sollten diese 5 cm dicken Randsteine auf jeden Fall ausreichen. Und wenn du aber größere Belastungen wie zum Beispiel bei einer Einfahrt, wo am Ende die Autos daneben parken werden, haben wirst, dann sollten wir natürlich auch etwas dickere Randsteine verwenden. Die Phase zeigt hier übrigens immer nach außen und das Ganze funktioniert vom Einbau her aber relativ ähnlich. Zuerst einmal sollten wir uns mit einem Spaten an der entsprechenden Stelle am besten einen Graben ausheben. In meinem Fall werde ich das Ganze ca. 30 cm breit machen und von der Tiefe her werde ich 40 cm gehen. Das hat einfach den Sinn, dass mein Randstein 25 cm hoch ist, darunter sollen 5 cm Beton kommen und nochmal darunter eine Schicht von ca. 10 cm Frostschutzschutter, dass da einfach das Wasser unter dem Beton ordentlich ablaufen kann und mir im Winter natürlich nichts aufrieren kann. Als Orientierungshilfe habe ich mir mal meine Richtschnur hier provisorisch gespannt und das Ganze aber nicht mittig vor meinem Randstein gesetzt, sondern um 15 cm versetzt, dass mir die Richtschnur einfach jetzt nicht im Weg ist, wenn ich meinen Graben gleich hier ausheben werde. Natürlich könnten wir zum Beispiel auch einfach eine gerade Holzlatte daneben hinlegen. Die 40 cm Tiefe vom Boden weg habe ich überall in etwa erreicht und nun geht es darum, dass wir natürlich die Erde hier unten erst einmal grob gerade machen und dann am besten noch mit so einem Handstampfer hier verdichten. Das Ganze können wir übrigens auch im Notfall mit so einem einfachen Pflasterstein machen, dann diesen einfach ein paar Mal hier unten reinschlagen, dass natürlich unten der Boden auch schön fest ist und hier über die Jahre sich einfach nichts mehr bewegen kann. Unser Untergrund im Graben ist richtig vorbereitet und jetzt müssen wir unbedingt mal noch unsere Richtschnur ordentlich zwischen zwei solchen Erdnägel spannen. Hierfür habe ich übrigens auch schon ein spezielles Video auf dem Kanal, wie man übrigens dann auch einen 90 Grad Winkel damit abstecken kann und das hat einfach den Sinn, dass wir jetzt dann genau wissen, wie hoch unsere Schotterschicht hier innen drin sein muss und vor allem auch, wie hoch die Randsteine am Ende genau gesetzt werden. Die Richtschnur passt auf jeden Fall. Noch ein kleiner Tipp, falls du danach wieder Rasen anpflanzen möchtest, dann am besten die Randsteine mal circa zwei Zentimeter noch höher setzen als den Rasen. Das hat einfach den Sinn, dass nämlich über die Jahre die Wurzeln von dem Rasen das Gras noch mal etwas weiter nach oben drückt. Jetzt aber erst einmal den Frostschutzschotter ordentlich einfüllen. Danach diesen am besten mit einer einfachen Kelle einmal grob verteilen und natürlich regelmäßig überprüfen, ob wir unsere gewünschte Tiefe, in meinem Fall die 30 Zentimeter, schon erreicht haben. Bei mir sollte die Tiefe auf jeden Fall passen, deswegen ich noch mal mit Gefühl mit dem Handstampfer durchgehe, um einfach die Schotterschicht etwas gerader zu machen und auch noch mal leicht zu verdichten. Unsere Schotterschicht passt und als nächstes müssen wir den Beton mal richtig anmischen. In meinem Fall verwende ich ganz normalen Betonestrich in 40 Kilo-Säcken und da muss ich eigentlich nur darauf achten, dass ich das Ganze erdfeucht anrühre. Bedeutet, es sollte nicht zu flüssig, aber auch nicht zu fest sein, dass meine Randsteine später beim Setzen natürlich nicht nach unten wegrutschen können. Die Konsistenz schaut auf jeden Fall super aus, relativ körnig und jetzt kann ich natürlich den Beton auch in meinen Graben dementsprechend hineingeben. Auch hier sollten wir unseren Beton immer mal wieder gleichmäßig verteilen, dass wir einfach eine schöne Ebene haben und natürlich regelmäßig mit unserem Meterstab nachkontrollieren. Was hier wichtig zu sagen ist, ich gehe jetzt nicht genau auf 25 Zentimeter Tiefe, so wie meine Randsteine hoch sind, sondern nur auf 23 Zentimeter, also knappe 2 Zentimeter höher. Hat einfach den Sinn, dass unsere Randsteine jetzt dann erst einmal hineingesetzt werden und dann können wir diese nämlich auch noch etwas nach unten in den Beton schlagen. Wenn das Ganze übrigens nicht passt, dann natürlich dementsprechend noch einmal etwas Beton nachfüllen. Meine Betonhöhe schaut super aus und jetzt geht es darum, dass wir unseren Randstein einfach mal in den Beton hineinsetzen. Wirrum ist übrigens vollkommen egal, das ist sehr frei überlassen und bei schwereren Randsteinen natürlich am besten noch eine zweite Person zur Hilfe holen. Ich gebe das Ganze also einfach mal relativ gerade rein, schaue, dass ich meine Richtstunde jetzt noch nicht ganz berühre und dann sollte ich am besten mal mit einem Gummihammer das Ganze auf die richtige Höhe klopfen. Wichtig ist, wir sollten bitte nicht ganz am Rand klopfen, da dieser natürlich auch relativ schnell abbrechen kann. Bei mir schaut die Höhe super aus und ich muss natürlich nicht kontrollieren, ob mein Randstein waagerecht sitzt, da ich mich ja nach meiner Richtschnur hier richte. Auch noch ist wichtig zu sagen, ich halte hier immer gerne einen Abstand von circa einem Millimeter zu meiner Richtschnur, nicht, dass meine Randsteine über die Länge dann doch immer mal wieder an der Richtschnur hängen bleiben und sich diese somit immer weiter verschiebt. Senkrecht sollten wir natürlich auch überprüfen, also hier einfach mal die Wasserwaage hinhalten und wenn es nicht passen sollte, dann am besten einfach mal noch die Unterseite, also von diesem Holzstiel zur Hand nehmen und dann können wir nämlich auch hier unten bei dem Randstein den Beton noch etwas hinunter klopfen und somit natürlich auch unseren Randstein noch ausrichten. Und wenn dieser also passt, der erste ist übrigens der wichtigste, dann können wir auch schon alle weiteren Randsteine setzen. Den zweiten Randstein heben wir auch ganz einfach mal in unseren Beton hinein, schauen jetzt aber, dass wir bitte noch nicht hier direkt an unserem ersten Randstein sind, sondern ein kleiner Abstand da ist und dann können wir das Ganze nämlich auch auf unsere entsprechende Höhe einmal runterklopfen. Hätte ich jetzt nämlich da keinen Abstand zwischen meinem ersten und zweiten Randstein gelassen, dann würde beim Draufklopfen relativ sicher hier vorne irgendeine Kante abbrechen, was natürlich nicht so schön wäre. Deswegen erst auf die richtige Höhe bringen, etwas ausrichten und dann können wir nämlich den zweiten Randstein auch hier vorne einmal leicht anheben, an unseren ersten Randstein gehen und natürlich nochmal ganz vorsichtig auf die richtige Höhe runterbringen. Damit unsere Randsteine bei Belastung nicht umkippen können, sollten wir auf jeden Fall noch eine sogenannte Rückenstütze anbringen. Diese wird einfach aus Beton schräg auf eine beziehungsweise auf beiden Seiten gemacht, sollte circa zehn Zentimeter breit sein und ungefähr zwei Drittel von der Höhe von dem Randstein betragen. Bei so einer Rasenfläche ist das Ganze jetzt übrigens nicht so wichtig, da da ja nicht wirklich ordentliche Kräfte drauf wirken und die Randsteine von der Erde später gehalten werden. Dann kann der Rasen übrigens auch etwas besser wachsen. Wenn du aber zum Beispiel einen Parkplatz oder eine Einfahrt machst und am Ende die Autos relativ nah von dieser Seite zum Beispiel parken würden, hättest du ja relativ starke Kräfte von der Seite und dann sollten wir auf jeden Fall eine ordentliche Rückenstütze hier machen, die diese Last aufnehmen kann. Und dann kann ich mir auch schon mal den Beton richtig verteilen und danach am besten mit der Kelle noch ordentlich glatt ziehen, dass da einfach das Wasser auch schön ablaufen kann und im Winter nichts auffrieren kann. Falls du deine Randsteine übrigens herschneiden musst, was ja doch relativ häufig vorkommt, dann am besten mal hier oben zuerst einen geraden Strich machen und ich tue dann relativ gerne das Ganze auf eine kleine Unterlage, wie zum Beispiel zwei solche Randsteine geben und zeichne mir auch hier natürlich nochmal die entsprechende Schnittstelle ordentlich an. Danach Schutzausrüstung, wie zum Beispiel Schutzbrille, Gehörschutz, Sicherheitsschuhe und vielleicht auch eine Staubschutzmaske aufziehen und dann können wir das Ganze auch schon mit einem Winkelschleifer und einer speziellen Trennscheibe für Steine herschneiden. Noch als Tipp, ich schneide von hinten nach vorne, dass ich jeweils meine Linie auch gut sehen kann und möchte aber auch erst hier vorne einmal leicht einrinnen und danach gehe ich komplett durch, dass mir natürlich hier vorne bei der schönen Stelle nicht irgendwie etwas abbrechen kann. Bei einem kleinen Winkelschleifer müssen wir leider von beiden Seiten durchschneiden und somit haben wir Randsteine auch schon richtig in Beton gesetzt, was wir einfach mal für circa 24 Stunden lang stehen lassen sollten, dass der Beton auch schon etwas anzieht und danach könnten wir zum Beispiel einfach Erde darüber geben. Wie man das Ganze übrigens auf Gärung für eine Ecke zum Beispiel schneidet, dafür habe ich auch schon ein extra Video auf dem Kanal. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine Richtschnur, einen Gummihammer oder natürlich auch seine Wasserwaage hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.